ja Leute und willkommen zu einem neuen Video und heute spiegeln wir mal wieder War Heroes das haben wir lange nicht mehr gespielt und es gab jetzt auch wieder viele Updates jetzt gucken wir mal zum Beispiel hier verteidige deine Basis schauen wir jetzt erstmal mal wieder rein ich habe bis jetzt lange auch nicht mehr gespielt nicht wundern wenn ich schlecht geworden bin blut die sonne neue map ich habe die schon mal ein zweimal gespielt und die ist auch relativ groß ich nehme das waffen set 2 weil das waffen set 1 ist nur als ob ich die die ich für ein bisschen fehlen lieben diese normalen Pistole egal egal alles okay klitzert hinter es so wir schon unsere Basis verteidigen ich bin du nicht weil die Feinde kommen ja hier ich bin da so ich nehme die da irgendwie nix oh die hat ich sehe jetzt genehmigt an der Waffe ist so ne so ein Metallkreuz und ich weiß wie viel aber für was dort steht also YouTube bitte nicht sperren wenn das so hinnehmen das kannst du dir überall hinzufügen dieses wie ich sage jetzt mal Kreuz also ich glaube ich sehe es ist legal sowas oben zu haben ich meine du kannst es so ein spiel einfach für was weiß ich Minen eine gute Idee Minens Party na 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 aber ist das legal und dann muss ich das dann ausblinken oder wie jetzt egal ich verbrauche einfach so schnell wie möglich die Waffe wenn sie eh schon lernen brauchen sie eh nicht mehr ich ich guck dann auch ob das legal ist ich google dann my life is a body na 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 kann man hier durch dann gut ähm ja ihr könnt jetzt auch so campen aber wir sind ja Soldaten und was machen wir nicht wir greifen an die sind ja Kämpfer oder so und übrigens habe ich jetzt ach du scheiße verpiss dich oh verdammt der mit der Gasmaske ich habe auch ne Gasmaske kick los laden nach Junge was macht der so lang hab ich den auch getötet ne der Kamerad wir nehmen die lieber und falls ihr ist bemerkt habe ich beim Video mal die umsonst ausgemacht oder abgedrückt weil ich eben manchmal gemerkt habe dass das schon relativ laut war und mich mal nicht so gut hörte und ich hoffe es wird diesmal besser wenn wenn sie werfen wenn ihr doch Geräusche wird Wollts wir werden wir machen so nächstes Mal wieder ich schaue ich das nicht zu lange nicht zu leise ist du bist tot Gott sei Dank weil ich im echten Leben das ist schade ich habe die z wo wieso schieße ich die Granate meine Tode die kommen ja eh alle her die sie sind das ist es nicht diese die die wie er ist das normal die die das gebäude mit denen war das sind ja diese super kanon drin aber hier nicht mehr wie hätte man die kind die die wie heißen wie heißen die noch einmal wo ich muss in die ich muss mir eine normale waffe also die ich bin nicht schlau ich weiß granate ich habe ich verkrieche ich lieber und eine spritze und mir geht es wieder gut ich habe wie eine gute abgeben muss man sagen damit sie schießt okay es ist egal bei mir gibt es das was man hat und nicht das was man will diese diese Munition oder war das ist egal egal nicht jede Munition passt in jedes geschoss jetzt Blitz könnten wir hier gucken ob wir da welche wechseln das ist dieses teure Zielfernrohr wenn man kofter und ich habe herausgefunden wie man wie blöde wie man dann guckt guckt mal einfach so auf das Video der World of Tanks 2 da habe ich jetzt was geändert weil ich jetzt eigentlich ich werde meinen Kopf verstanden wie das geht mit einem Thumbnail ich werde dann heute auch noch ein Thumbnail machen ich glaube es wird unentschieden stehen denn ich habe noch mal in die reingeschossen und wir haben sogar verloren ja alles um egal die nächste Runde gewinnen wir die stimmt's dir die ist meine Katze voll so ich wundere mit wem ich rede ich habe hier Katzen das würde mich sehr interessieren eigentlich nicht aber man fragt also es gibt diese gestern habe ich das Spiel auch noch gespielt da war ja der 75 Jahre nach dem Krieg im Zweiten Weltkrieg wir machen jetzt mal wieder so eine normale Runde und ich habe vergessen kann ich abbrechen bitte wie geht das auch Gott sei Dank ich hätte fast vergessen eine normale halt Ausrüstung wir sind ja da die können wir eigentlich weg da kommt ein Maschinengewehr ja das da hatte ich immer so eine gute so eine hatte ich und ich habe was könnte ich mal dazu bin ich gar nix egal man könnte nie verbessern ach komm man lebt jetzt einmal im ganzen Leben 150 ich habe 140 also eine Runde und wir haben das Ding und ich habe vergessen es rein zu nehmen egal und jetzt in den Kampf und spielen zwei Teams kämpfen um die Vorherrschaft das Team mit der höchsten Punktzahl am Ende der Runde gewinnt das ist wieder hoch switchen ach du scheiße ach du scheiße und jetzt mal wieder mehr für Max Speech moin und wieso habe ich bin ich DUDL oder bin ich DUDL ne ich habe vergessen das Waffendings zu wechseln deswegen ich muss sterben bitte bring mich um kann ich dich umbringen geht das pass auf schieß doch Junge bring mich um danke und hoffentlich haben wir jetzt immer noch die Anwendung ja ja gegen Gas gegen Gas sind wir ihnen nicht immun und ich dachte wenn wir die Acht die Wehrmacht Soldaten hätten wir oh Granaten TNT schade aber wir kämpfen gegen die Wehrmacht dagegen soll ich jetzt lieber nix wieviel Schuss hält der aus stirbt keine Acht Selbstmord definitiv ja was ist das für ein schönes Auto den Schnitt machen gut gut weiter gehts guten Tag du stechst mich nicht mit deinem dreckigen Messer ab Junge was verstehst du nicht unter Garantäne geht doch oh fuck ich bin fast tot los 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 kill mit Granate das weiß ich schon lange die 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 wuchs da na 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 my life is a party na 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 schieß doch Junge was macht ihr so lang schieß doch ihr nachladen müssen wir bei den Jungen noch trainieren und wenn ich meine YouTube Einstellung am PC so richtig eingestellt habe könnte ich wenn ihr wollt natürlich in 24 Stunden live gehen weil dann ist diese ich weiß nicht ob das nur bei mir ist oder ob ich einen Fehler gemacht habe oder ob ich das Ding verarschen will das eingestellt habe um Anlass für Aktivität seit noch 24 Stunden und dann könnte ich jetzt in der Stimme direkt starten also wenn wir wenn wir nicht wenn wir nicht wenn wir wollten könnte ich morgen live gehen und ich nur was spielen oder keine Ahnung kurz gucken ob er keiner ist man weiß ja nie ist halt ein Panzer nie schade direkt auf dieser Map könntest du eh nicht mit dem Panzer fahren es würde schwer gehen werden der Campen wieder welche auf dem Dach oder und scheiße my life is a party hab ich ihn umgebracht hä egal was machst du da was machst du da du kleine Kackmaschine later 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 ich liebe dieses selbst wo man sich auf meine Fresse schieße gegen gas bin ich nicht bin ich doch immun nie ich werde abgeschossen nein das war ich das ja ich denke mal ja die ganze zeit doch doch das immun guck nie jedoch nein ich zeig das spiel nicht mehr sind gerade angezeigt ich kann es nicht doch eigentlich bin ich immun gegen das ganze nicht haben als wehrmachts mehr mehr macht es solle ich bin ein wir für was würde ich sagen ich bin als wehrmachts und hat hat die gasmaske gekauft oder kann ich dann auch noch gas gehen aber weil ich kein mehr ich bin so eine genau wie das jetzt nicht die russen oder war das jedes Mal die russen oder die so wir spielen mit russen russen simulatoren keine ahnung kommen wir schaffen es nie seit dem update sind die immer voll stark jungen stehe also die haben 37 kills sie haben 31 kills und noch eine minute also 50 sekunden das sind die auch ich bin jetzt lieber nicht er bieten doppelte gemacht es ist es ist sieben kiesbricht in der gleichstellung ich mag mindestens einmal in der gleichstand oder gewinnen kiel kiel fernstoß nicht im fernstoß kundin fernse der neuen hp nämlich mich auch mit granate kommt mindestens einmal schießen schießt doch schade verloren aber das macht nichts dafür bei dieser stelle möchte ich verabschieden und tschüss